Wir freuen uns sehr, dass das Development-Turnier 2014 heuer erstmals in Lichtenstein stattfindet und wir Veranstalter sein dürfen. Das Turnier wurde ins Leben gerufen, um den jungen Spielern der U17 die Möglichkeit zu bieten, erstmals internationale Luft zu schnuppern und sich auf das Turnier in Georgien, auf die EM-Qualifikation vorzubereiten. Wir möchten natürlich herzlich unsere Gäste begrüßen, die beim Turnier teilnehmen. Samarino, Gibraltar und Malta.